hallo liebe dr windows fans hallo liebe windows community in diesem video möchte ich euch einfach stellvertretend für das ganze dr windows team ein fröhliches fest wünschen sinnliche feiertage schöne zeit mit der familie und natürlich viele viele tolle geschenke und dann natürlich noch einen guten rutsch ins neue jahr wir hoffen dass wir euch dann auch nächstes jahr wieder mit tollen news zu microsoft und der ganzen technik welt begeistern können und sagen in diesem sinne frohe weihnachten euer dr windows team